Mein Name ist Franz Reichert. Eigentlich sollte ich mich nicht vorstellen, ich stamme ja aus Todwaschung. Und ich glaube, dass meine Schulkameradinnen und Kameraden unter euch ist im Publikum. Ich war acht Jahre alt, als mein Vater sein Instrument mir auf den Schoß setzte und sagte, du bist musikbegabt und such dir die Lieder. Alles liegt drinnen in dem Instrument. So fing es an und ich musste allein alles aussuchen. Aber natürlich viel Probe und viel Pflegung, das kommt so weit, dass man spielen kann. Ich werde jetzt euch einen burgenländischen Ländler vorspielen. Und das zweite, ein teifelsgleicher Volker. Und das zweite, ein teifelsgleicher Volker. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus